Herr Gansauge, warum ist die Firma AUGOTEK auf der Innertrans? Naja, das hat einen ganz tüftigen Grund. Wir haben sehr viele Kunden im Bereich des Marktes für Züge und Verkehr und an der Stelle nutzen unsere Kunden unsere Engineering Software. Wir sind Softwarehersteller, sind 30 Jahre am Markt etabliert und die großen Zughersteller setzen unsere Software ein.